Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Yuki Matsi und heute will ich mal sagen, ich bin schon in Sylt. Ich habe gestern schon ein paar Videos aufgenommen dazu und die würde ich euch jetzt erstmal zeigen. Bis zum nächsten Mal. So und jetzt haben wir auch schon den zweiten Tag hier auf Sylt. Heute mieten wir erst noch ein paar Fahrräder und dann mal gucken, was da macht am heutigen Tag auch wird. Los geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ab Reisetag. Das war's dann mit dem Urlaubsvlog. Der letzte Urlaubsvlog für diesen Urlaub. Ich würde mal sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.